Internet und Youtube, ich hab schon angefangen und dann gar nicht gemerkt, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Also hier waren Granaten drinnen, die hab ich genommen und hier war noch irgendwas, eine komische Batterie. Okay. Bestel. Hier ist es aber schön. Gute Aussicht aus dem Gefängnis. Muss man schon sagen. Okay, und hier fahr ich dann raus und lebe glücklich bis ans Ende. Und dann, so war das nicht. Aber es könnte so sein. Die nehme ich mir. Dann kannst du aber sowas von sicher sein. Oho! Warum ist das jetzt Level 16? Und die ist... Schau, was benutze ich denn hier gar nicht mehr? Oh, ich kann mich nicht... Warte, 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 warte. Die Homemade, oder? Ich nutze eigentlich immer nur die hier. Da ist das die... Okay, du. Mit du. Press... Uh! Ich kann nichts. Ich kann nichts. Hier, investieren, okay? Das gehört nicht zu der Absicht von diesem DLC. Falls mir das niemand glaubt. Oh Gott, hoffentlich stimmt das wirklich. Auf jeden Fall tut sich nichts auf Wohlen damit tatsächlich es, okay? Haben wir das... Haben wir das geklärt, YouTube? Wahrscheinlich geht's schon. Ich bin nur zu blöd dafür, oder? Natürlich. Was auch sonst. Flutie. Okay, jetzt springe ich einfach hier rüber. No? No. Hier ist der... Alles da. Zum Henker. No, 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 no. Bye, bye. Ich sehe lauter Toten, Captain. Und du? Und hier. Gehört dazu. Oh, hier, irgendjemand. Shut up. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wartet, wartet, wartet. Okay, die ist doch nicht besser. Hier wird niemand gekillt, außer du. Du bist gekillt. Okay, jetzt kann ich da oben rüber. Rüber. Erst rauf und dann rüber. Kann ich noch was futtern. Die Schießerei macht mich immer so hungrig. Oh, no. Klick die Klack. Oh, da ist kaum die nächste. Mord auf. Noch jemand. Auf der Seite bitte, die wollen nicht. Meine Lieblingswaffe. Verzeihung. So, jetzt. Bereit für weitere Späße? Gut. Au, 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 au. Das war nicht gut. Das war gut. Das gab einen Cut. Wenn du so schnell nicht vergessen wirst. Habe ich mich auch blöd anschießen lassen, oder? Fuck you. No. Ach, Gott sei Dank hier drüben. Okay, Gott sei Dank hier drüben. Sonst wäre ich... Oh, es geht so. Ausge... Ich bin hier. Shit. Das kann ich noch nicht. Kannst du das? Du kannst. Okay. What do we have here? No. No, 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 no. Okay, okay. Come here, come here, come here. Du gehst do. Du gehst nicht da drum. Du bist nicht... All right? unbedingt mehr munition davon hunderttausende schuss meine güte war zu nahe kann ich ja nicht richtig treffen okay okay now what now ah hier was hab ich getan what the fuck jesus christ baby widerstock bitte dankeschön habe ich hinten gedrückt genau ja 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 ich kann jetzt mal aufheben aha ne 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 oh shit ich hab's aus ihm getan wollen es kann doch nicht wahr war Kana hatte noch genug Zeit, um auszuholen. Oh, seht euch nur dieses Massaker. Cool. Okay, und wer ist denn den Apfel? Es wäre nichts gewesen. Ich muss zum... Okay, keine Überraschungen von hinten. Oh, hi. Natürlich muss ich hier entlang, aber trotzdem gehe ich hier. Infectus Maticus. Press U. F you. Vielleicht ist es eine andere Taste geworden. Okay, hier haben wir jetzt alles entdeckt. Wir können zurückgehen. Der war sauber. Der war sauber. Der war sauber. Der war auch. Die waren sauber. Alle waren sauber. Hi. Du bist dabei im Club. Na komm schon. Helf ab. Wunderbar. Und sonst, was geht hier ab? Hi. Lass mich vorstellen. Machete. Wow. Nicht zu schnell. 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 Gibt es hier irgendwo Explosions? Ich sehe nämlich keine. Wer braucht Explosions? Ich brauche Explosions. Helfe mich nicht. Warte, warte, warte. Meine Energie. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht bringen. Ich will kein Medikip. Ah, ich stehe nochmal auf. Okay, ich möchte jetzt nicht drauf gehen wegen seiner Napali. Ja, okay. Auf zu bleiben. Okay. Shotgun. Gott. Tja, jetzt dachte ich wohl, dass wir zu einfachen. Wo ist meine Shotgun? Mein Liebstes. Mein Baby. Nein. Nicht kurz genug. Hey, du hast auch mein Ding. Wir haben es gemeinsam. Daneben und jetzt bin ich dran. Nein, 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 nein. Das ist jetzt neu. Was ist das? Du, jetzt hör doch mal auf. Bleib unten. Schock mir. Jetzt ist es gut mit dir. Medium Kid Always. Und der Snack. Wunderbar. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich wohl. Die Waffe ist im Arsch. Fast. Und die Lampe geht auch aus. Wunderbar. Was soll jetzt noch passieren? Was kann uns jetzt noch passieren? Tombis. Wunderbar. Und zwar. Im nächsten Parts. YouTube. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. 浴 Großvindisch. Und zwar. Es war. Und zwar.